Müssen wir ja keinen Cleanie dafür verschwenden. Äh... Zuerstmal würde ich sagen... ...hier weiter. So... Genau... Und dann jetzt hier... So... So... Erstmal... Ach nee, geht schon noch eins wieder zurück. Eigentlich gleich zwei. Und dazu muss ich dann aber hier zumachen. Obwohl das lassen wir mal ganz kurz noch offen. Und gucken, wo die Höhle hier hinführt. Ach, hier sind wir. Ha! Na, sieh einer an. Das ist ja sehr praktisch. Äh, hier ist es. Na ja, genau. Ich muss das hier noch jeweils eins tiefer. Und dann kann ich jetzt hier so... ...da durch... ...ja... Okay... So muss das ganze dann funktionieren. Äh, geht auch nicht. Ich... Muss ich zuerst hier mal... ...so... ...plopp. Vielen Dank. So... Das fließt dann hier runter. Oh... Tja, das war unser Server-Administrator etwas... Äh... Tja... Na klar, ich beende es auch die Aufnahme. Ich bin gerade schon wieder so still geworden. Weil ich gerade sehr stark überlegen muss, wie es hier weitergehen soll. Na gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Äh... Moment, die Musik ist noch zu laut. Ich mache noch ein bisschen leiser so. Ah, schon besser. Ach, es wird gerade Nacht, wie es scheint. Dann gehen wir mal kurz wieder zurück. In unser nettes kleines Heim. Ich weiß gerade überhaupt nicht mehr, was wir machen wollten. Ich bin schon... Ich konnte sehr lange nicht mehr spielen. Und es hat sich... Äh... Äh... Ah... Das ist ja... ...täuscht endlich hier. Ähm... Na gut, also hier hatten wir unten diesen schönen Raum. Den ich noch ausbauen wollte, irgendwann demnächst mal. Da hatten wir gerade den Lagerraum, glaube ich, fertig gemacht. Ja, genau. Da waren wir, glaube ich, gerade beim Holzhacken für Truhen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ah, ist ja echt gut geworden eigentlich. So. Hm. Ach, übrigens, die Videos konnte ich gestern endlich hochladen. Die ersten fünf Folgen habe ich jetzt mal gleich im... ähm... ...gemeinsam... ...äh, jetzt renne ich hier eigentlich wieder hoch. Im gemeinsamen Pack gleich hochgeladen. Ähm... Beschreibung ist noch nicht fertig. Muss ich dann noch gucken. Werde ich dann schon noch machen. Aber momentan habe ich jetzt einfach überhaupt keine Lust mehr. Äh... 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 Nehmen wir mal kurz die Truhe und hauen da den ganzen Dreck weg. Ich weiß, dass ich, glaube ich, schon irgendwo eine Dreck-Truhe habe, aber das ist mir jetzt gerade mal egal. Ich brauche nur Platz hierfür. So, eins, zwei, drei, vier. Und dann... ...basteln wir uns jetzt mal 32 Truhen. Hahaha. Was war denn gar... Ich habe es gerade nicht gelesen. Ah ja, genau. Wir spielen jetzt mit der neuen Version. Ich habe gerade eben erst abgedatet. Äh... Naja, mal gucken, was draus wird. Es gibt einige Change-Logs. Ich habe es mir noch nicht so... ...ganz so genau durchgelesen. Da bleiben wir jetzt mal nix hin. So, hier. Hier. Ähm... Hier auf jeden Fall. Ach, und die hauen wir... Äh... Gehen wir ganz kurz pennen, ne, Leute? Hier. Ähm... Ganz kurz nach oben. Das mit dem Video-Uploaden ist ganz schön komplettiert. Ich muss mich da echt erst mal ein bisschen einlesen. Toll. Äh... Äh... Das ist immer so begeisternswert hier. Hallo? Spinni? Wo bist du? Hallo? Und ein Skelett auch noch. Hallo? Wieso? Äh... Oh. Was für ein Bug. Alter. So, stirb. Vielen Dank. So, kann ich jetzt schlafen? Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Ah, guten Morgen. Da sind wir schon wieder. Äh... Wir waren gerade dabei, die Truhen zu platzieren. Ich glaube, da ganz da unten, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm... Ja genau, hier waren wir gerade dabei. Ja genau, hier waren wir gerade dabei. So. Ähm... Machen wir auch mal so. Hat man hier immer so einen schönen Viererraum. Auch wenn man dann jetzt hier so blöd in die Ecke reinlaufen muss. Aber das ist jetzt mal egal. So, und dann wieder hier. So. Genau. Und dann hier nochmal. Ich höre hier schon wieder eine Höhle. Ist das nicht die andere da hinten? Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher. Eigentlich hängen manche Sicherheitshalber noch eine Fackel hängen. Da kommt es mir ein bisschen dumm vor. So. Und hier noch. Zwo, drei, vier, fünf, sechs, äh, sieben, acht. So, und ich habe das Gefühl, es fehlt... Ah nein, es hat ganz genau gereicht. Das kann ich nach Sie erinnern. Gut, dann müssen wir jetzt mal ausmachen, wo wir was hin tun. Ich würde mal sagen... Wir haben ja unten, glaube ich, schon irgendwo angefangen, da etwas reinzutun. Äh... War das hier nicht... Ja genau, Koppel war hier unten. Hm... Hm... Schwierig, schwierig. Das kann man natürlich auch noch loswerden hier. Ein bisschen Cleanstone haben wir hier noch. Dann ein bisschen... Ach, es gibt übrigens neue Stonebricks, habe ich gelesen. Ja... Ganz viele neue Stonebricks. Äh... Äh... Ähm... Gut. Die sehen wohl etwas komisch aus, wenn ich mich recht entsinne. Die haben so eine ganz komische Form. Wo geht es denn hier lang? Ich habe bestimmt gar nichts mehr in Erinnerung, hey. Auf jeden Fall ist hier eine Höhle. Ach du, da geht es ein bisschen... Ich glaube, das war eine Sackgasse. Ich glaube, ich erinnere mich langsam. Ja, es war eine Sackgasse. Naja, dann wieder hoch. Stop. Tja... Tja... Oh... Ah... Der Song erinnert mich gerade an den Song, den wo ich äh... Wo wir mit der Band vor kurzem... Oder wo ich mit... Wo ich... Naja, wie kann man das am besten ausdrücken? Ist ja nicht meine Band. Ähm... Ich nenn's jetzt einfach mal so. Ist ja aber nicht meine, ne? Nur dass es jetzt nicht so steht. Ähm... Klingt irgendwie gerade recht ähnlich. Was ich... Was wir hier gerade hören. Hihi... Naja, was heißt recht ähnlich? Zumindest so ein bisschen von der Richtung her stimmt's. Ich frage jetzt immer noch, wie dieses komische Meer hier entstanden ist. Echt... Naja, was soll's. War das nicht hier irgendwo, wo es dann in diesen... Einen Canyon ging? Hä? Nein, da nicht. Da ging's auf jeden Fall Eisen. Na, das nehmen wir doch gleich. Klappt mal mit. Da wir jetzt eh schon hier sind. Hopp. Vielen Dank. Ich fackel da hin. Ich glaub ich wollte eh was eigentlich was anderes machen letztes Mal. Aber da kann ich mich... Das ist schon so lange her, dass ich mich kaum mehr dran erinnern kann. Das ist das Problem. Weil... Ähm... Ich hatte ein paar Mal Probleme mit dem Rendern. Und jetzt... Jetzt musste ich dauernd neu rendern. Und wieder neu rendern. Und wieder neu rendern. Und dann... Dann ist mir ewig viel Zeit verloren gegangen. Und das war da meine Festplatte voll. Das heißt ich konnte eine ganze Weile nicht aufnehmen. Naja... Und jetzt eh... Nämlich seit ein paar Wochen mal wieder. Ich glaub... So fast seit einem Monat erstmal ist es fast wieder auf. Ähm... Fast. Naja gut, das sind drei Wochen glaube ich. Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Ähm... Denn wir haben heute nämlich den... Dritten Dritten. Ähm... Ich glaube hier war überall... Ach das... Genau das war ja mein... Ah... Da haben wir ja schon weiter gebaut. Genau. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ähm... Tja... Wie gesagt heute sind die ersten fünf Folgen online gekommen. Am 3. Dritten. Ähm... Ich bin schon gespannt auf die Resonanz. Wirklich. Also bis jetzt habe ich ja noch nicht viele Klicks. Noch nicht... Ich... Nur meine ganzen... Mitspieler und noch zwei andere Leute haben es bis jetzt gesehen. Ähm... Denen ich es aber selber empfohlen. Hab mal gucken wie es... Wie sich das entwickelt. Äh... Auf jeden Fall weiß ich, dass es hier unten in den Canyon ging. Aber da wollen wir jetzt nicht hin. Wie ging es denn jetzt zurück? Da lang glaube ich. Oder? Da ging es doch da irgendwo in die Wand rein. Wenn ich jetzt... Ah ja. Ich hab sogar noch richtige Erinnerungen. Äh... Nein wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ah... Das sieht mir echt cool aus irgendwie hier. Hm... Ja ich hoffe immer einfach da kommen ein paar mehr Leute. Noch die sich die Videos angucken. Aber es wird sich ja mit der Zeit schon einstellen denke ich. Zumindest ein paar mehr. So da ging es hoch. Na dann gehen wir auch wieder hoch. Da lang. So da sind wir schon mal in unserem komischen Holzteil. Da drunter war ja Kohle. Genau. Und da sitzt unsere schöne Treppe. Die wir jetzt auch mal wieder verwenden können. Äh... Gehen wir endlich mal wieder unsere Treppe. Ach genau. Hier ist ja alles mit Gras zugewachsen. Ich erinnere mich. Hahaha. Hier alles voller Gras. Wir haben Gras im Untergrund. Ähm... Ähm... Ich wollte das Ding ja nicht recht viel größer machen. Wenn ich mich... ...richtig entsinne. Genau das ist dann weil ich das ja so lassen. Das können wir auch durchaus so machen. Und da habe ich doch dann jetzt da unten... ganz kurz gucken. Wieso bin ich jetzt gesprungen? Ich habe nicht die Leertaste gedrückt. Wirklich nicht. Ähm... Dann schwemmst das ganze Zeug nach da. Und dann wollte ich es nach da hinten transportieren. Oder... Doch. Ich glaube das ist das sinnvollste. Wenn wir das alles nach da hinten transportieren. So. Äh... Das müssen wir eben noch abändern. Fällt mir gerade auf. So. Das muss noch so sein. Genau. Äh? Was denn bei dem passiert? Ich habe es gar nicht gelesen. Geht es jetzt runter? Nein geht es nicht gut. Oh. Tja. Muss man auch erstmal schaffen. Da drüben ist es glaube ich auch noch nicht so. Wie es sein soll. Äh... Ja. So. Vielen Dank. Ähm... Hopp. So. Achja. Bevor ich es wirklich nochmal genau zu erklären vergesse. Wir spielen jetzt wirklich auf der 1-2-3. Ja. Das klingt jetzt wie, als ob ich nach der 1-2-3 zählen würde. Irgendwie. So ein bisschen. Äh... Ähm... Wieso... Achso. Da habe ich schon angefangen mit den Fackeln. Das funktioniert hier eigentlich ja ganz gut so. Wir könnten die mal kurz... Aber nicht mit der Spitzhacke. Mit dem Faden. Ernten wir mit dem Faden. Na ne. Da ist er. Ich habe jetzt nicht wirklich ein volles... Äh... Fragezeichen. Ist irgendwie selbst selber gerade ziemlich lecky habe ich den Eindruck. Na was soll es. Wird schon irgendwie schief gehen jetzt erstmal. So. Auf jeden Fall mit dem Getreide wo wir dann danach haben können wir uns denke ich genug... Ähm... Brot machen um... Eine ganze Weile zu überleben. Ich habe jetzt ins Wasser geflogen. Ich habe es gehört. So... Äh... Mann... Manchmal... Ist das irgendwie schon sehr komisch hier. So... 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 So...